Der Boost-Kanal, mal wieder, und zwar mit Star Wars Movie Cards 2, wir haben hier zwei Booster und ich weiß, wir haben schon lange keine Star Wars Booster mehr geöffnet und jetzt kommen mal wieder regelmäßiger Videos und zwar jetzt hier die Star Wars Movie Cards 2 und wird ja jetzt auch bald ein oder mehrere Videos von Match-Atex Extra kommen, die kommen jetzt auch noch und sonst weiß ich gerade nicht mehr, was kommt. Okay, das dazu und dann fange ich hier gleich mal mit dem ersten Booster an von Force-Atex. Dann wollen wir mal sehen, was da drin ist. Einmal ein Fahrzeug, ein Puzzleteil, einmal Rebel Trooper, einmal Sturm, Truppler der 501. Und nochmal ein Fahrzeug, mieses Booster, komme ich gleich zum zweiten. Dann habe ich hier einmal Kampf-Druide, einmal Madame Yacosta Nu, einmal C33 Po, PO und einmal Tesec und meine Power-Karte ist einmal Amidala, Star-Karte. Okay, das war's schon. Kurzes, knappes Video. Leider habe ich nichts Besonderes gezogen. Kann man nichts machen. Star Wars Movie Cards 2, mal wieder ein Video. Schade, hätte ein bisschen mehr erwartet. Naja, dann hoffen wir auf die weiteren Videos. Und ja, bis zum nächsten Mal, euer Bußkanal. Und ja, bis zum nächsten Mal, euer Bußkanal. Das war's schon. Manipationale